Los, 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 lauf'n. Okay, sind wir jetzt mal ein bisschen sicher? Komm mit, hier durch! Ich war hier noch nie. Na toll! Da war doch was. Kurz gucken, kann ich mit Ellie was her? Nein, ich kann sie sich nicht zerstellen. Okay, da müssen wir dem Typen folgen. Auch wenn ich dem Typen noch nicht weiter Trauer sich werfen kann. Wow! Nein, nein, alles klar? Ist okay. Oh Scheiße, die sind schon wieder. Verschwinde da! Alter! Okay, dann sind wir doch tatsächlich auf den Bogen angewiesen, oder? Oh Gott! Langsam und leise. Langsam und leise. Wo kam der eine Klick her, der uns gerade angefahren hat? Da sind die beiden! Das ist der, das ist der zweite, der dritte. Gut, dass die so stumpf sind, die Viecher. Noch zwei Pfeile, das reicht nicht mal für den Klicker. Aber ich kann wieder welche aufsammeln. Da vorne kann ich den auch wieder benutzen. Was ist mit dem hier? Natürlich sind alle, aber dem sind alle, alle abgebrochen. Will ich da runter? Okay, abgelenkt. Das ist ein Pfeil, dass es natürlich bitter ist, dass ich den verschossen hab. Ich kann mich mal umhören. Da ist nur der eine hier unten. Okay. Ich kann mich mal umhören. Ah, doch nicht. Den kann ich wieder benutzen. Genau wie diesen Wurf. Was ist mit dem hier? Ah, der ist kaputt. Schade. Ich glaube, ich verbrauche viel zu viel Munition für Gegner, die ich einfach umgehen könnte. Ach du Kacke. Oh. Das war sehr knapp. Welche Leiter? Ach, die da. Ich höre immer noch so viele Klicker hier drin. Hier. Komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig. Dann los. Komm schon, komm schon. Beeil dich. Und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Ich wette, wir werden gleich nochmal hier oben Besuch bekommen. Es wäre ja zu einfach, wenn wir jetzt einfach hier oben langlaufen und dann einfach, äh, ich höre sie jetzt schon wieder. Sag ich doch, da ist doch einer. Ich wette, hier ist noch einer. Ich wette, hier ist noch einer. Den ich noch noch nicht gesehen habe. Der kommt auf uns zu. Ist Utrons was? Oh Gott. Oh Gott. Kein Mux. Muss ich jetzt ducken? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist das Ding hin? Verdammt. Alter Falter. Da ist er. Schade, der Pfeil ist abgebrochen. Den zweiten habe ich irgendwo eine Pampa geschossen. Ich habe nur noch einen verdammten Pfeil. Okay, ein Pfeil vielleicht eher länger. Den schauen wir uns aber später an. Oh, hier sind noch Munitionen, Vorräte. Ist hier noch irgendwas? Ich kann jetzt erstmal ein Medikit herstellen. Ich kann aber keine Pfeile oder sonst was, keine Messer herstellen. Nein. Ich will das Gewehr nicht benutzen so viel. Da unten ist der Nächste. Jetzt die Leiter runterbringen. Okay. Bitte schön. Oh, das war viel zu laut. Gut, Achtung. Okay, wie komme ich mit Ali jetzt hier runter? Da, komm. Okay. Leiter nehmen? Ah. Ich muss jetzt aufstehen. Dann kann ich die Leiter nehmen. Das ist natürlich clever. Ich hoffe, hier kommt ja keine Szene, wo wir eine Maske bräuchten. Aber ich glaube, er hat auch keine dabei. Ich nutze mir eben die Gelegenheit und gucke mich hier um. Ja, da sind Pfeile. Mann. Sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben die sich umsgesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Asker. Was ist das? Das ist... Direkt zur... Nee, das ist... Das ist Schwarzpulver. Okay. Jetzt haben wir wieder fünf Pfeile. Ich glaube, da haben wir genug. Davon lag noch was. Na toll. Ich hätte nachladen sollen vorher. Na toll. Ich hätte nachladen sollen vorher. Verdammt. Verdammt. Ich muss um wieder schießen lernen. Hörst du das? Sie sind auf dem Dach. Ich weiß. Alter. Wo wollen die denn auch überall sein? tut. Ich bin schon mal. Schiefab! Und du? nicht wehren. Okay, bleib ich, halte ich mich mal hier weiter hier oben auf. Ich hab hier viel bessere Position. Oh, Mollies. Hilfe! Hast du das? Was ist das? Ich weiß. Okay, den Mollie bräuch ich jetzt tatsächlich glaube ich nicht mehr. Ich brauche ein paar Sekunden, um mich zu heilen. Alter, wir müssen ja... Wir müssen hier raus. Ich brauche Munition für das dumme Gewehr, ey. Mollie. Noch drei Schuss. Das wird langsam knapp. Was? Verdammt! Ja, Flinten-Munition. Ja, Flinten-Munition. Ja. Haben wir den jetzt, oder was? Boah. Haben wir irgendwie Munition hier noch um- um rum rum? Hey, Kleine. Ja? Ich glaube, wir haben's geschafft. Haben wir sie alle erledigt? Haha. Du klingst ja richtig enttäuscht. Ach. Eher ungläubig. Ich überprüfe die Brücke. Erstmal, wenn wir wieder was herstellen. Ah, wir können noch Bomben herstellen, okay. Okay, was machen wir jetzt? Erstmal versuche ich hier diese ganzen zig Millionen Leichen, ob wir noch irgendwas suchen. Ah, da haben wir noch was an Sprengstoff. Das haben wir genug von. Ah, Munition für tausend Leute. Okay, ich finde hier grad nichts mehr. Folgen wie immer wieder. Scheint so, dass es wichtig ist. Hör mal. Keine Infizierten. Keine Infizierten. Was hab ich gesagt? Na gut. Lass uns zurückgehen. Und nach unserem Vieh schauen. Haben die bestimmt komplett abgenagt, die Infizierten. Die sind auf der Suche nach Fleisch. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Haha. Oh. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein, nein, nein. Das war nicht nur Glück. Äh. Nein, weißt du, Kleine. Ich glaube, nichts passiert. Ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden ermordet. Einen verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte... ...ein Mädchen dabei. Siehst du? Alles, was passiert hat, seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse sie auf keinen Fall gehen. Runter mit der Waffe. Jetzt gib mir die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Ich habe irgendwie schon sowas geahnt. Okay. Ich vermute, die Medizin brauchen wir für Joel, ne? Ah, ihr Pferd. Der Hass ist auch noch da. Oder wollen sie, dass wir sie jetzt zu Joel locken? Oder besser halt führen. Das wäre nicht... Oh. Ach, ist das nicht das Haus, wo wir... schon mal gekämpft haben, oder... Ne, das sieht einfach nur so ähnlich aus. Komm mit. Hm, Pferd in der Garage. Auch mal schön. Das ist wenigstens von den Zombies sicher. Okay, er lebt noch. Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber... Ich habe das hier. Okay, heb deinen Arm. Ah, das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht... Das sieht gar nicht gut aus. Ja, schießen bitte keine Luftblase in die Arterie. Tut mir leid. Moment. Das war's. Du schaffst das Joel. Oh, du musst doch schweinekalt sein.